Moin, ich bin David und ich stelle euch heute The Moon Ranger vor. Es ist ein naturnahes Premiumfutter, das an die Ernährung des Wolfes angelehnt ist. Klingt schon mal ganz spannend, oder? Konkret heißt das aber, es hat vor allem eins, ganz viel gutes Fleisch. Ganze 70% tierische Proteinquellen für viel Power beim nächsten Abenteuerspaziergang. Alles selbstverständlich ohne Getreide und auch vor allem ohne Zuckerzusatz. Ganz genau nach deinem Geschmack, oder? Natürlich haben wir noch viele weitere feine Zutaten für dich, so wie Beeren, Früchte, Kräuter und Öle. Und das passende Nassfutter haben wir auch am Start. Ideal als Ergänzung für die Mischfütterung oder als alleinstehende Mahlzeit. Kleiner Tipp noch, das Nassfutter eignet sich auch wunderbar als Alternative zum Barfen. Zum Beispiel, wenn ihr mal unterwegs seid oder so. Moon Ranger bekommt ihr in vielen leckeren Sorten, wie Ente, Wild und auch Single-Protein-Sorten, wie Lamm und Engelsrind. Und Moon Ranger gibt es selbstverständlich auch für Welpen. Besser geht's nicht, August, oder? Mit Moon Ranger erhältst du alles, was dein Tier braucht. Ganz mit dem Spirit des Wolfes.